ARD Text im Auftrag von Funk Ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr Das ist der Burner Okay, heute haben wir uns gedacht, beschäftigen wir uns mit Chuck Norris Witzen Und das war Adis Idee, mal gucken, ob das zieht Ne, Adi? Ja, das ganze Format war meine Idee Richtig, eigentlich schuldig Adi noch ein echt viel Geld, aber das ist ein anderes Thema Freunde, wir können einfach mal anfangen Lukas, willst du vielleicht den ersten rausfinden? Ja, ich habe einen Geilen, ich habe einen Geilen Also, also Musste schon los, Marc Jeff, ich heiße Jeff Chuck Norris, du heißt Marc Sir, ja Sir, und mein Name, Marc ist mein Name Was? Vor allem, ich komme nicht klar Adi, lest dir eben ein Witz vor Hä, was das für eine Scheiße Chuck Norris buddelt ein Loch und Witz Ich glaube, ich bin einfach nicht so der Chuck Norris Witz Mensch Aber ich kann ja mal auch was rauskommen, was ich hier finde Versuch mal Ähm Warte, die sind hier nach Bewertung sortiert Warte, der hat eine gute Bewertung Okay, okay, okay Okay, okay Okay, ja Chuck Norris Okay Warum lacht Chuck Norris über Chuck Norris Facts? Weil sie gnadenlos untertrieben sind Was? Ey, wie rasset voll aus, ey Warum ist der so gut bewertet? Adi Erstmal Daumen runter Chuck Norris kann einen verfickten Drehtür zuschlagen Schein Wie wir einfach am Eskalieren sind Krass, Alter Okay Wenn Chuck Norris jemand meine Crew bekräbt, fällt derjenige auch rein Oh, Alter Chuck Norris hält Manuel Neuer Chuck Norris macht aus USA USB What the fuck, Alter Chuck Norris isst Stäbchen mit einem Chinesen Chuck Norris redet während der Fahrt mit dem Busfahrer Chuck Norris sagt zu seinem Schatten Warte hier Und er tut es Es ist ja Nein Was habt ihr mir hier für eine Scheißseite gegeben? Unsere sind allerdings noch cool Man Bei mir steht noch sowas wie Chuck Norris Urin verätzt das Alien Was? Chuck Norris braucht ein Stunt-Double Aber nur in Szenen, in denen er weinen soll Ich weine übrigens gerne Echt? Was machst du eigentlich gerade, Ralfi? Was ist das für den? Chuck Norris kann seinen Namen in den Beton pinkeln Ah, die sagt noch was lustiges Oh Mann Das ist alles Scheiße Wenn sich Chuck Ey, was ist das, Alter Wenn sich Chuck Norris in ein Ruderboot setzt, wird daraus ein Zerstörer Was ist das für den Zerstörer? Chuck Norris fährt nicht zum Drive-In Der Drive-In fährt zu Chuck Norris Chuck Norris bekommt bei Praktika 20% auf alles Auch auf Tiernahrung Chuck Norris hat Anken geheilt Er ist an ihm vorbeigegangen und sagte Gute Besserung Das ist die Lösung, meine Freunde Chuck Norris isst kein Honig, er kaut einfach Bienen Chuck Norris rasiert sich nicht Er schärft die Klinge an seinem Bart Chuck Norris spielt Watch Dogs auf seiner Xbox One in 1080p mit der Grafik aus dem E3-Trailer Den verstehe ich nicht Muss schon sagen, das ist lustig Der war auf jeden Fall In jeden Riesen-Witz geschrieben Chuck Norris wurde letztens geblitzt beim Einpacken Das ist ein normaler Typ Das ist einfach für eine Scheiße, der Chuck Norris malt seinen Kaffee mit Atomkraft Was? Keine Ahnung Der Junge malt einfach seinen Kaffee mit Atomkraft Chuck Norris bringt Zwiebeln zum Wein Chuck Norris isst dein Knopper schon um halb neun Das sind alles Sachen, die überhaupt nicht wert als sind Warte, jetzt ist ein langer Witz MacGyver kann aus einer Büroklammer und einem Kaugum eine Bombe bauen Chuck Norris baut aus einem nassen Faden eine orbitale Laserkanone, um Ameisen zu tätowieren Was? Chuck Norris hat alle Farben erfunden, außer Rosa Tom Cruise hat Rosa erfunden Tom Cruise ist fast genauso krass wie Chuck Norris Chuck Norris ist der Klügere und gibt nie nach Chuck Norris schneidet sich mit seinen Fingern die Haare Chuck Norris geht zur Sonntagsmesse am Dienstag Chuck Norris weiß auch, wo der Pfeffer wächst Chuck Norris ist einfach älter als seine Mutter Was? Die Scheiße hat so ein Mist gemacht Einfach keiner redet, Alter Mann, ich find Chuck Norris Witze scheiße Chuck Norris hat doch den Niagara-Fall gelöst Chuck Norris mäht nie den Rasen, sondern er läuft über die Wiese Wo Chuck Norris hintritt, wächst kein Gras mehr Chuck Norris spielt eine halbe Stunde Playstation in 20 Minuten Was? Hey, warum ausreich ne Playstation? Meine Ahnung Chuck Norris kann mit Spider-Man telefonieren, obwohl er kein Netz hat Chuck Norris hat Minecraft durchgespielt Was? Adi, 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 pass auf jetzt, hör zu, okay? Chuck Norris hat gegen Adi im PvP gewonnen Okay, warte, warte, warte Wie hört es sich an, wenn Chuck Norris angeln geht? Du, du und du rauskommen Chuck Norris hört Blitze und sieht Donne Chuck Norris hat mal russisches Rollett mit einem komplett geladenen Colt gewonnen Chuck Norris hat mal russisches Rollett mit einem geladenen Colt, komplett geladen Chuck Norris verhaftet bei GTA die Polizei Sie hat mal gefragt, wer Chuck Norris ist Seitdem trägt sie, du, eine Maske Warte, warte, warte Chuck Norris wird nicht zur Diva, wenn er hungrig ist Chuck Norris läuft nachts durchs Neubau-Gebiet-Klotz im Manzac Das ist einfach ein scheiß, deine Mutter willst du Spaß? Chuck Norris, wenn der Fernse vorbei geht, fahrs mal alle drei Teile her in der Ränge Dieser Junge einfach deine Mutter mitzunehmen Warte, von Chuck Norris biet selbst schrumpft der Salat Ja, geil Was ist braunentürt beim Essen, Lukas? Keine Ahnung Chuck Norris Du bist gewohnt Warte, Chuck Norris darf auf Sheldons Blatt sitzen Chuck Norris war auch Kamikaze-Pilot, zwölfmal Chuck Norris ist Türer als der Breitsteher Was? Keine Ahnung Guck mal, Arnie, Arnie fragt gerade einfach Ich kann mir so Arnies Gesichtsausdruck zu Hause vorstellen So, hey, warum, warum? Wer guckt sich das an? Ja, genau das Arnie, komm, ein Witz Ein Witz, Arnie Ah, Junge, ich lese mir die alle durch und denke mir nur so, ja Okay, wie wär's damit, okay? Okay, jetzt hau aber raus, jetzt hau raus, Bruder Chuck Norris ist zu fett Lukas, den muss ich einfach bringen Deine Mutter heißt Udo Und züchtet Schweine auf dem Dachboden Adi kann einfach Bock auf Triff dir voll auf deine Mutterwitze ab Wie jede Folge Abonniert Trucker-Magazine Guck mal, komm nicht weg davon Ich brauch die Scheiße Oh Mann Chuck Norris fällt ins Meer und trifft daneben Und Chuck Norris piept, wenn sie rückwärts geht Okay Mach ich auch Okay Adi, wie fand's, das war lustig, ne? Ja, also ich hab noch nie so gelacht, muss ich sagen Okay, vielleicht kann ich dich ja nächstens kitzeln, Adi, dann ist es noch lustiger Gut, dann wacht Von diesem unglaublich guten Video Wenn ihr mehr lustige Witze von Adi sehen wollt, schaut auf jeden Fall auf Adis Kanal vorbei Da startet nämlich jetzt demnächst die Serie Ich bin lustig, hau mir eine rein Und jedes Mal richtig lustig, könnt ihr mir eine reinhauen, das ist total geil Weil ihr werdet Adi einfach nicht schlagen können, weil er so lustig ist Was ist der? Die Folge ist eskaliert heute, war krass Oder witz Allerein meine Freunde, das war's von dieser Folge Derkopf Lach und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Macht's gut, ciao Outro